Die hier lebende Karabus-Art ist der Heidelaufkäfer Karabus-Nietens. Er ist mit etwa 16 Millimetern unser kleinster Großlaufkäfer. Der Heidelaufkäfer ernährt sich vor allem von kleineren Insekten und deren Larven. Sie sind großartig. Sie sind sehr langfristig. Sie sind für die Säge. Die von Apfelde sind sehr gut. Sie sind großartig, zwei Teile. Die Säge und die Seite haben die Wurst. Sie sind richtig fertig. Sie sind eine große Kstoppaste.